und somit willkommen zurück zu den Netflix Shows auf meinem Kanal heute im Angebot Fire and Ice 1993 erschienen und konnte er nur alleine spielen. Vor langer Zeit als der Zauberer Dana noch ein unerfahrener Jungmagier war, wurde die Insel Kulmint urplötzlich vom bösen Droide und seinen Flammenmonstern angegriffen. Du schlitzst dabei in die Rolle jenes Dana und wurde es von der Königin der Winterfeen auserwählt, die Kräfte der Eismagie einzusetzen, um die Insel Kulmint vor Droide und den Flammen zu beschützen. Diese können durch Eis gelöscht werden. Wurden alle Flammen in einem Abschnitt gelöscht, gelangst du zum nächsten, aber das ist lediglich der Beginn deines Abenteuers. Im Editor Modus kannst du übrigens deine eigenen Abschnitte erstellen. Oh cool. Sehr interessant. Mal so noch Zelt bauen kann. Mag ich ja immer gerne sowas. Wir sind Beginners. Von Anfang an. Wunder 1. Welt 1. Level 1. Mal schauen. Ich hab's noch nie gespielt. Okay, wir können die Blöcke wegschieben. Und die Flammen müssen wir ja löschen. Das haben wir ja gerade noch gelesen. Ah, der klettert da rüber. Okay, das ist gut. Ziemlich einfach, ja. Die Zeit läuft da unten. Wie schnell man ist. Darüber, rüber, rüber. Ja, das ist ein interessantes Spiel. Natürlich die ersten Level ziemlich einfach. Und dann fällts einfach runter und dann hat man es schon geschafft. Bereits die Kunden fürs Level. Ja, geil. Ah, jetzt. Achso, wir können die wegnehmen. Wieder hier hinsetzen. Ah. Ah. Aha. Sehr interessant. Auch immer. Jetzt geht's wahrscheinlich genauso weiter. Immer. Da ist die wegnehmen, ja. Ich glaube, das war jetzt leider falsch. Kann das sein, weil ich kann nicht nach oben machen. Das geht immer nach unten. Okay. Autsch. Einmal try again, ja. Bin Basti. Keinfalls try geschafft. Das geht ja auch immer nur schräg von uns. Ah. Aha. So geht's auch. Okay. Wir müssen erstmal was wegnehmen, dann können wir das da auffüllen. Nee, das geht gar nicht. Einfach rüber schieben. Ja, das geht so, aber das andere geht eben nicht. Ja, vielleicht so. Okay, das ist jetzt schon mal anstrengender, anspruchsvoller. Das nach unten. Ich sag mal not herein. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Nein, 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 nicht da rein, oh. theoretisch könnte man einen runterschieben müssten wir jetzt einmal so machen ja das funktioniert sehr schön und den anderen wieder weg machen und dann fällt er rein aber ich krieg den anderen nicht weg ah nice doch geklappt schön schon anspruchsvoll auf jeden fall machen wir weiter mit dem level 8 ob ich mir hier überlegen hält die flamme einfach runter ok so was heißt den da rein genau was passiert wenn ich jetzt hier das mache weil wir machen hier noch rechts einen hin dann kann man hier der zweck fällt die flamme genau und dann können wir hier einfach den block darüber schieben und das feuer löschen level 9 fällt leider nicht drunter zack weg ist das eine aber das andere wie kriegen wir das noch kaputt ist die kommen ja auch gar nicht mehr höher heißt diese flamme krimi noch nicht kaputt das haben wir immer anders denken jetzt das letzte mal wieder brücke zu und dann schicken wir da einfach ein eisblock rüber und die letzte flamme haben wir eben schon gelöst bekommen ja und so schmal nicht ja geht doch geht 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 alles sehr wunderbar jetzt kommt sozusagen der boss oder letzte level mal schauen mal schauen ob wir entkommen können aus dem labyrinth ich habe unterfallen ich habe unterfallen Nein, nicht nach unterfallen, zack, dumm. Nein, da war ein Moment. Einen Moment, danke, zurück. Na, nicht nach unterfallen, Norman, was machst du? Zack, zack, den... Nee. Hä, wie soll ich das jetzt hier machen? Emil klappt sie gerade nicht. Ja. 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 Kann ich so irgendwie eventuell... Hm. Ehrlich gesagt, das funktioniert doch eh gerade gar nicht. Hä, wie soll das gehen? Nein. Das will ich ja noch jetzt schaffen. Da oben ist ja... Ist da oben die Lösung? Wer nicht fährt, da oben ist... Ich kann nicht fahrunterfallen. Wir können hier noch was bauen, aber es bringt uns auch nichts weiter. Ah, aah, schade. Wie soll das denn sein? Ah, ja, 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 nice. Ah, don't dare to finger you have beaten me. Ah, ja. Wir haben aber das Level geschafft, das reicht mir. Ja, Ice Rock Island abgeschlossen. Schön. Wie es dann weitergeht, könnt ihr gerne alleine herausfinden. Wir kehren zurück zur Spielauswahl. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Kirby's Adventure. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ihr hoffen sich auch. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Dann ruhig mal was ihr bleibt. Fertig und tschau. Tsch. 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 Tsch.